So, Novo sind die nächsten Wachen. Hm, seltsam! Hey, das war schön silent. So wie es sein sollte. Nichts was zum, sondern was geht! Und da kommt der Nächste. Tja, zwei Kugeln in den Hals. Eine zu viel für meinen Geschmack. Aber immerhin, ihr seid schön still. Jetzt muss ich nur noch seine Leiche irgendwo entsorgen. Ich glaube, ich tu die auch nach unten. Da ist dann auf jeden Fall eine Patrouille weniger. Ich geh einfach jetzt mal auf Nummer sicher. Ach hier, so kleine Sammelstelle. Och ne, wie süß. Lass mal kurz speichern wieder. Wir kennen das ja schon. So, und was haben wir hier so? Tote Menschen. Irgendwie alles sehr kaputt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen. Ah, hier wurden welche... Genielt! Wie geht's hier lang? Auch mal irgendwo hin, wo es... ... als Silbratzel macht. Das heißt, unser einziger Weg scheint wohl nach da drüben zu führen. So... Vorsicht, Vorsicht! Ich weiß ja nie, was einen hier so erwartet. Trotz allem, irgendwie ein schöner Anblick. Ja, es hat schon was. Ergreifendes, ein faszinierendes Flugabwehrfeuer mit Leuchtspur-Munition am Abendhimmel zu betrachten. Wirklich? Sehr schön! Na, auf jeden Fall besser als immer wieder dieselben alten Sterne anzugaffen. Richtig! Mit den Kugeln kann man sich praktisch selbst einen Sternenhimmel nach Wunsch zurechtballern. Hm... So, ich geh jetzt mal nachsehen, wie weit Bong und Feng mit der Tür gekommen sind. Die haben sich vermutlich mittlerweile in die Luft gesprengt. Hahaha, ja! Wir sehen uns! Bis später! Hm. Kommt, er zieh dich. So, jetzt locken wir den einfach mal hier rein. Ja. Hat aber nicht so viel geholfen. Ja. Jetzt schnell gucken, was wir den anderen finden. Wo ist der denn? Seltsam! Ja, ganz richtig. Seltsam. Du hast es erfasst. So. Dann nehmen wir den jetzt auch und bringen ihn zu den anderen. Boah, Mann, ich mach hier eine ganze Leichensammelstelle auf. Ja. Ich glaub, das ist jetzt der Viertel, der hier liegt. Hahaha. Naja. Die sind halt alle beim Brand ums Leben gekommen. Ich war es nicht. So, und jetzt... Ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt nicht, deswegen speichle ich mir ganz schnell, wenn ich die Leiche hier beseitige. Boah, doch, Tatsache. Ich fackel mich gerade ab, nur weil ich eine Leiche beseitigen will. Oh, ein bisschen Leiche nicht abgefackelt. Aber Gott sei Dank ist da aber ein Medikit, so... Medikit benutzen. So. Alles erstmal schön durchladen wieder. Ein kleines Quick Save. Und auf geht's. Fertig. Nächster Halt. Oberste Etage. Holte mich hier raus, nachdem ich die Daten übertragen habe? Genau so sieht's aus. Wenn das Zielgebiet gesichert ist, holen wir dich direkt vom Dach ab. Und wenn nicht? Fortsetzung voll. Marn! Lambert, Binni ist in Position. Iron Man, Ihr Moondog. Beginnen Sie die Übertragung. Komisch. Kommt das vom Laser? Aufsteigen! Aufsteigen! Wir müssen die Dage durchschärfen! Kimmie! Lambert, es gibt Probleme. Fischer, das Flugzeug ist abgestürzt, bevor wir die Daten löschen konnten. Du musst zum Wrack gehen und dafür sorgen, dass die Nordkoreaner sie nicht bekommen. Sieht so aus, als würden Truppen der NKA tragbare Radarempfänger aufstellen. Versuche sie alle zu zerstören. Ja, dann tun wir das doch mal. Es wäre sehr hilfreich, wenn du die technischen Spezifikationen dieser neuen nordkoreanischen Drohnen besorgen könntest. Definitiv. Definitiv wäre das hilfreich. So, dann. Gute Arbeit, Sam. Unsere Signalabteilung meldet noch drei weitere TREs in deinem Zielgebiet. Das ist schlecht, glaube ich. Oh, oh. Hüsch! Was war das? Fick. Sam, es wäre sehr hilfreich, wenn du die technischen Spezifikationen dieser neuen nordkoreanischen Drohnen besorgen könntest. Definitiv. Das ist gar nichts. Sag doch, das ist gar nichts. Erstmal hier schnell schwinden vor der Drohne. Also ich glaube, hier werde ich jetzt sehr, sehr viel quicksaven, weil sonst habe ich echt Probleme mit dieser scheiß Drohne. Diese Drohnen sind echt nervig. Das ist mir auch gerade die gleiche egal. Ich sehe, ich stehe hier. Ein paar da benutzen. Gute Arbeit, Sam. Unsere Signalabteilung meldet noch drei weitere TREs in deinem Zielgebiet. Oh, 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 oh. Da können wir ja direkt drüber. Es ist ganz schnell drüber, sonst ... ... findet mich die verdammte Drohne. Macht nicht alle. Das wäre ganz schlecht. Das war knapp. Fast wäre ich reingerannt. Aber es gibt auf der Welt nichts gefährlicheres als einen Soldaten mit einem Gewehr. Da halte ich mich lieber an die Bocken. Nein, du bist eigentlich. Tja. Nein, 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 nein. So schnell rüber. Bist. Na ja, gleich. Nein, 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 ganz schlechte Idee, liebe Drohne. Fang schon mal. Nein, Scheibenkleister. Nochmal. 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 Ich habe Angst vor der Drohne. Nein. Scheiben. Dreck. Nochmal. 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 Komm.